Also, Emona, ich lese die Verleihungsurkunde vor, näher beim Mikrofon. Urkunde erster Platz, Einführungsphase, Sozialwissenschaften des Maria-Sibylle-Merian-Gymnasiums Telgte, Emona Harad und Rosalie Krummel-Ortiz, für die Erstellung eines kreativen und fachlich fundierten Videobeitrags, der die gesellschaftliche Bedeutung der sozialen Marktwirtschaft widerspiegelt und eine Zukunftsperspektive aufzeigt. Das Video überzeugt durch seine inhaltliche Substanz, seine technische Qualität, seinen guten Aufbau, die Bezugnahme auf aktuelle Fragestellungen und seine grafische Gestaltung. Durch das engagierte Auftreten der Produzentinnen im Video und ihre Art, Zusammenhänge aufzuzeigen, ist der Beitrag nicht nur pädagogisch wertvoll, sondern auch lebendig und authentisch. Wir, und das sind wir hier alle, gratulieren sehr herzlich und wünschen für die Zukunft alles Gute, unterschrieben von Herrn Prof. Dr. Nils Goldschlied. Emona, herzlichen Glückwunsch! Applaus Applaus